Mein Name ist Thomas Pfeiffer. Ich bin von Beruf Diplom-Pädagoge und kandidiere für den Bayerischen Landtag. Und ich wünsche mir für Bayern eine nachhaltigere Bildung. Das heißt nicht automatisch, dass jetzt jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes iPad beispielsweise braucht. Aber ich finde schon, dass in den Lehrplan die Medienkompetenz stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollte. Übrigens nicht nur für jüngere Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Erwachsene, auch für ältere Menschen an Volkshochschulen zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass wir Schulen zu einem Ort machen sollten, an dem sich Kinder gerne aufhalten. Wo sich Phasen der Leistung auch abwechseln mit Phasen der Entspannung. Und das geht natürlich im Ganztagesschulbetrieb um einiges besser als im heutigen Schulsystem. Und deswegen ist es wichtig, am 15. September mit beiden Stimmen Grün zu wählen.